mh lecker sieht gut aus die suppe kann man glatt essen ich dachte es mir ich dachte es mir auf euch habe ich gewartet leute auf euch habe ich echt gewartet ihr mistviecher so schreck so ach verdammt das ist jetzt natürlich immer gründlich in die hose gegangen ich habe nämlich aus versehen den schreien der monster aktiv wieso auch nein ordnen den kram doch mal einfach gescheit himmel herrgott ja ja blubber nicht rum man was ist das junge streng deine birne an wofür hast du den schädel auf dem kopf naja ok ich glaube eher der helm drückte die birne ein bisschen platt und wo zum hänker ist dieser bescheuerte wegpunkt jetzt wieder das kann doch nicht mehr da hinten sind ein paar monster das kann doch echt nicht sein ich wollte heute keine so lange aufnahmen machen jetzt hat sich schon dazu gezwungen weil ich diesen bescheuerten wegpunkt nicht finde das ist treffer treine waffen und gut abgegangen ist fleisch oh juwel juwel ich habe es eingesammelt na komm ja bis wohin willst du denn und hab und hab und hab falle ja und ja und ja so wo ist der denn jetzt mit den gerannt dann einfach mal durch ach da muss ach da sind sogar zwei juhu das freut mich doch so das gibt diese dicke erfahrung und hab und hab ne gut einen vorteil haben diese netten viecher die dann so ihre jungen praktisch da rein setzen also die die monster verzaubern dass sie dann auf platz und die jungen gebären was auf platz kommt nicht wieder also normalerweise heißt ja was gutes kommt wieder aber die die sollen ja nicht wieder kommen so und jetzt wieder nach oben durch die meute wo willst du denn hin lieber barbara so und ja treffer heiltrank für unsere begleiterin der wegpunkt müsste hier oben sein der wegpunkt ja der wegpunkt heilen der schmerzen juhu jetzt können wir den restlichen teil der karte auch noch erkunden kann ich nämlich die letzten paar minuten auch noch voll machen ähm wir werden zwar kein level up mehr kriegen ouch und uns werden viel zu viele viecher am hintern hängen sooo das ist natürlich jetzt wieder perfekt ähm so war die sache nämlich nicht geplant hatten wir nicht was was auch leben regeneriert zwischendrin mal so in unserer ausrüstung so ein jagdbogen den wir jetzt natürlich nicht mehr mitnehmen können ähm dann benutzen wir das mal so und den jagdbogen bitte hier rein ist natürlich jetzt nicht ganz so intelligent dann mitten in der meute wieder zu kommen aber egal oh jetzt weiß ich gar nicht ob ich die letzte aufnahme von minecraft gelöscht habe naja was soll's ähm okay jetzt sind es nur 12 prozent flucht da bin ich immer gespannt wie das also das würde mich mal interessieren wie das jetzt aussehen würde wenn die viecher zu 12 prozent fliehen ähm ja da rein unser inventar ist definitiv zu voll und woran merkt man das weil hier irgendwie eine reihe noch versperrt ist weil ich zu blöd war um die auszuräumen vorher ach was mach ich hier eigentlich ich kümmere vor wie ein selten dämlicher vollidiot der keine ahnung hat was er tut oh je ich sehe schon die kommentare vor mir richtig äh nein nein da so und jetzt du da da raus und du da du kommst dahin und du kommst dahin und die truhe ist voll abend ähm ja freut mich auch was denn jetzt wieder was rödelst du denn immer also ich weiß nicht was denn momentan ich da am schaffen ist also oh jejeje das war keine gute idee ähm ja ich sehe es jetzt wirklich sogar ein und einmal durch die meute und wieder durch die meute und wieder durch die nacken und durch die meute durch die meute durch die meute und durch die meute durch die meute ja treffe kettenkarussell juhu und ab geht es wieder jawoll und nochmal hier durch äh nicht getroffen schade und nochmal da durch jawoll und hier drauf und dir auf die mütze du triffst nicht mist ja das war sinnloses zeug mitgenommen ich kann nicht noch mehr tragen ja wenn du auch bolzen mitnimmst du idiot hau ab so gehen wir erstmal kurz hier durch äh ja freut mich euch zu sehen da wo kommt ihr denn alle her okay die sieht man natürlich definitiv nicht äh die sind irgendwie die haben Tarn-Mod und Wallhack und die haben halt an Invisi-Mod und Co äh Hirschbogen nein bauen wir nicht Auftrag elixieren nehmen wir mal mit so dann werden wir jetzt mal kurz hier oben lang gehen da ist ja nämlich ja noch kurz Ruhe hehehehe denn wir haben da ja noch was gekillt achso schon zu Ende gut freut mich geht schneller äh wo kommt ihr denn her erschreckt mich doch nicht so Leute nein ach Mist das war jetzt natürlich der sinnlos Manna aus dem Fenster geworfen und du jawoll komm geht doch nein Ausdauertrank haben wir natürlich wieder nicht dabei äh äh Heiltrank nehmen wir mal mit naja komm nehmen wir euch mal alle mit auch wenn ihr nicht so viele seid dafür seid ihr hier umso mehr nein 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 ach was bleibt der denn an dieser bescheuerten Wand dahin Mann ich bin überladen ja ja du bist überladen das wär dir so recht so da ist der Bildschirm vom Notebook schon wieder ausgegangen naja gut aber es lebt noch äh abgehangenes Fleisch was na hier geht's noch weiter wohin denn bitte noch und Regenerationstank na super na gut den können wir grad noch so mitnehmen ähm achso hier unten ist ja noch ein ganzes Stückchen das hab ich ganz vergessen he he Mist so aber hier rennen wir jetzt einfach nur vorbei ach wo kommt ihr denn alle her ihr seid ja sogar mehr als einer ja ja dann tschüss hat mich gefreut eure Handschrift zu machen ähm und dann wissen wir jetzt upsala das ist nicht klug äh wir gehen jetzt hier raus und das trifft sich sogar noch ganz gut dann können wir nämlich den Part noch schnell beenden bleibt ein Weilchen und hört zu ja ne wenn du mich zu identifizieren hast dann bleiben wir auch nicht und hören die zu das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg und äh nein das nicht das kann weg so und hier haben wir drin das da und das na kommt da so das da und dann kann das so weg und das war's ähm jetzt nur nochmal schnell gucken ist der Wegpunkt auch wirklich aktiviert da unten ja alle der Schmerzen stets zu Diensten stets zu Diensten Funktioniert so nach Waffen brauchen wir eigentlich nichts zu gucken denn wir haben ne gute die tut ihren Dienst die Truhe ist voll zumindest was so das Inventar angeht und dann möchte ich hier mal meine Aufnahme beenden und wir sehen uns dann einfach bei bei beim nächsten Mal ne also bis dann ne und tschüss tschüss tschüss